Was bietet die Quelle für dich? Wir haben ein grosses Seminarangebot. Ich glaube, es sind etwa 250 Events im Jahr. Wir versuchen, die besten Referenten und Referentinnen der Welt einzuladen. Aus der ganzen Welt, aus der Schweiz, aus Deutschland, aus vielen verschiedenen Ländern. Wir bieten an, Seminare, Vorträge, Ausbildungen, Erlebnisabende, Workshops, Konzerte und vieles mehr. Wir versuchen auch, ein sehr breit gefächertes Spektrum zu bieten. Das heisst, wir sind ein neutrales, spirituelles Zentrum. Und versuchen, aus dem ganzen Gebiet, aus allen Religionen, Kulturen, auch Wissenschaft, verschiedenen spirituellen Bereichen, Körpertherapien und vieles, vieles, vieles mehr. Schau einfach auf die Webseite und es wird sicherlich auch etwas Passendes für dich haben. Nebst dem Seminarprogramm haben wir auch eine Cafeteria, vor allem bei uns im Haus, das Siddhartha. Dort haben wir viele wunderbare, feines Essen. Biologisch das meiste, Holzofen, Bäckerei und vieles mehr. Was haben wir noch? Wir haben Räumlichkeiten, die wir vermieten. Vielleicht etwas für dich. Seminarräume, kleinere, mittlere, grosse. Wir haben Therapieräume, wo du verschiedene Räumlichkeiten mieten kannst für deine Therapie. Dein Coaching, deine Anlässe, deine Vorträge, deine Seminare. Was dein Herz begeht, was du eigentlich den Menschen zeigen möchtest, haben wir eine Plattform für dich. Du kannst dich bei uns einmieten in unseren Räumlichkeiten. Du hast die Möglichkeit, auf unsere Webseite zu kommen, wo dein Event ausgeschrieben ist. Oder frage einfach an, wenn du eine Frage hast, etwas anbieten möchtest bei uns. Melde dich. Was haben wir noch? Wir haben verschiedene Werbemöglichkeiten für dich. Wir haben physische Flyerkästchen bei uns im Zentrum, wo man mieten kann. Wir haben im Newsletter Möglichkeiten, wo du deinen Banner reintun kannst für dein Event, deine Therapie und was auch immer. Zudem sind wir gerade daran, die Stiftung Seelenzucker zu gründen, wo viele wunderbare Projekte unterstützt in der Schweiz und auch weltweit. Für Kinder, für die Natur und vieles mehr. Was bietet die Quelle auch noch? Schau einfach auf unsere Webseite. Es sind viele Themen da. Es hat noch viel mehr, wo ich jetzt nicht aufgezählt habe. Schau einfach rein oder melde dich bei uns. Bis dann. Alles Gute.